Das Schiffchen, auch hier wieder nur mit der Nase ein, mit der Nase ausatmen. Pendelbewegungen vor und zurück, über eine Drehung durchgeführt, Richtungswechsel. In einem Satz soll man sich über die eine Richtung drehen und dann in dem anderen Satz, in der nächsten Runde, dann auch über die entgegengesetzte Richtung. Viel Spaß!